Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Ein ganz besonderes Video. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich bin schon sehr aufgeregt. Ja, ich fange erstmal an. Ich habe mich entschieden, ich habe nicht lange überlegt, ich habe mich einfach entschieden, weil es zu mir passt. Und alle, die meinen Humor kennen, wissen, wie ich bin. Alle, die meinen Humor kennen, wissen, dass ich einen, ich kann gut Comedy, ich kann gut Schauspieler, muss ich mich selber hier loben. Und ich habe mich entschieden, einen Kanal zu eröffnen. Ihr habt es erfahren, ich habe einen dritten Kanal. Und da wird es nur um eine Sache gehen. Der Kanal heißt RonisOmeglaTV. Das ist der Kanal, der mich begleiten wird. Das wird der Kanal, da wird nur Omegle kommen. Da werden nur Omegle-Videos kommen, wie schon gesagt. Ich habe mich einfach entschieden, weil Omegle am meisten zu mir passt. Danke. Könnt ihr einmal die Herzen machen an Charlene, mein Engel, die das Profilbild-Banner gemacht hat. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gut. Und ja, ich stelle euch erstmal den Kanal vor. Viel Spaß. Das ist der dritte Kanal. Ich mache mal kurz die Facecam, mal einen Moment. Ich mache mal die Facecam nach unten. Normalerweise geht es nicht nach unten, aber ich muss meinen Banner mal sehen. Das ist mein dritter Kanal. Ich bitte euch, den Kanal absolut zu supporten. Morgen kommt das erste YouTube-Video. Morgen kommt das erste Omegle-Video hier auf dem Kanal. Genau, TikTok. Ich heiße auch auf TikTok jetzt RonisOmegleTV auch auf TikTok. Genau. Morgen kommt das erste Video. Drei Abonnenten. Falls ihr euch fragt, welche drei Abonnenten. Darme und Charlene waren die ersten, die das erfahren haben. Kanal-Info lese ich euch gerne. Hier sind die ganzen Links zum Instagram. Zweiter Kanal. Hauptkanal TikTok. Twitter. Genau. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier werden euch lustige und unterhaltsame Omegle-Videos erwarten. Ich freue mich auch über jeden Abonnent und über einen Like. Aktiviert gerne die Glocke, um kein Video zu verpassen. Viel Spaß. Ja, wie gesagt, unbedingt auf TikTok vorbeischauen. TikTok hier. Es wird nur noch hier Omegle-Rainer, Omegle-TikTok auch. Und hier ist das sowieso Rainer, Omegle-Kanal. Dritter Kanal. Ich habe drei Kanäle. Krass. Muss ich ehrlich sagen, dass ich mal drei Kanäle machen werde. Wow. Ja. Abonniert, supportet. Und wenn ihr Ehrenmänner seid, Ehrenfrauen, teilt ihr das sogar noch an euren Freunden. Viel Spaß. Morgen kommt das erste Video auf diesem Kanal. Haut rein.